So, hallo, dies hier ist ein kurzer Werbeclip für einen Podcast und der heißt, glaube ich, die Farbe, die Dings, mit zwei, die fabelhaften Boomerboys Kalb und Welk. Und da haben wir einen großartigen Gast. Aber wir verraten noch nicht, wer es ist. Wir verraten jetzt noch nicht, wer es ist. Aber er ist richtig gut. Wenn er die Mütze abnimmt, dann hört ihr es genau, wer es ist. Also, bis dahin, wir hören uns. Es lohnt sich.